Freiheit ist nicht selbstverständlich, die muss jeden Tag neu verteidigt werden. Wir Freien Wähler wissen das, wir tragen die Freiheit ja in unserem Namen und wir kämpfen dafür, dass sie mehr mitbestimmen können. Gemeinsam mit ihnen haben wir in mehreren Volksbegehren zum Beispiel die Straßenausbaubeiträge abgeschafft, wir haben die Studiengebühren abgeschafft und wir haben dafür gesorgt, dass man wieder neun Jahre ins Gymnasium gehen kann. Und wir kämpfen weiterhin für mehr direkte Mitbestimmung, auch in Berlin, auch in Brüssel. Und wir wollen endlich Transparenz in Sachen Parteispenden. Es ist sicher löblich, wenn der Handwerksmeister seinem Ortsverein für die ehrenamtliche Arbeit eine überschaubare Spende zukommen lässt. Aber wir sind für ein grundsätzliches Verbot von Parteispenden über 20.000 Euro, damit der Verdacht überhaupt nicht aufkommen kann, Politik sei käuflich. Und wir kämpfen endlich für ein bayerisches Lobbyregister, denn wir sind für Offenheit und nicht für verdeckte Einflussnahme. Vielen Dank! Vielen Dank.